Der Umgang mit Wurzeln ist eine weitere Grundlage, die für die Abituprüfung benötigt wird. Hier werden wir uns genauer die allgemeine Wurzelrechnung sowie die Wurzelgesetze anschauen. Ein erster Begriff, was im Zusammenhang mit Wurzeln sehr oft auch taucht, ist das Rationalisieren oder anders formuliert das Rationalmachen des Nenners. Versuchen wir uns zu erinnern, was damit eigentlich gemeint war. Also, wir haben hier ein Beispiel, wo bei diesem Bruch im Nenner Wurzel 3 steht. Normalerweise ist es nicht erwünscht beim Endergebnis, dass im Nenner eine Wurzel steht. Da muss man wissen, wie man sie wegkriegt. Das Rationalisieren ist eigentlich eine Erweiterung. Man erweitert sozusagen diesen Bruch, so dass die Wurzel Nenner verschwindet. Und die einzige Möglichkeit, es auf diese Art und Weise zu erweitern, ist es mit Wurzel 3. Also, ich erweitere oben Zähler und Nenner mit Wurzel 3. Der Zähler wäre dann in diesem Fall einfach nur 2 Wurzel 3. Und bei dem Nenner Wurzel 3 mal Wurzel 3 ergibt ja praktisch Wurzel aus 9. Und Wurzel aus 9 ist wiederum 3. Also, vereinfacht können wir das auch so sehen, wenn zwei gleiche Wurzeln miteinander multipliziert werden, also quadratische Wurzel, dann bleibt nur die Zahl unter den Wurzeln übrig. Und damit ist unser Ziel erreicht. Im Nenner steht jetzt eine normale Zahl. Das Ganze kann man dann natürlich auch noch ein bisschen weiterführen. Unser Nenner sieht bei diesem Bruch bei weitem nicht mehr so schön aus, wie bei der ersten Beispielaufgabe. Aber auch hier kann man problemlos erweitern, wenn man einen kleinen Trick kennt. Und zwar die tridepinomische Formel. Ich hoffe, dass jeder von euch dieser Formel noch bekannt vorkommt. Und wenn wir jetzt diese oder die linke Seite dieser Formel mit unserem Nenner vergleichen, dann könnten wir sagen, dass diese Wurzel 3 minus Wurzel 5 genau dieser Klammer mit A minus B hier entspricht. Also, Wurzel 3 wäre dann A und Wurzel 5 B. Und wir müssen dann entsprechend mit der anderen Klammer, mit A plus B erweitern. Wieso, warum, weshalb, seht ihr dann auch gleich. Das ist immer die gleiche Vorgehensweise. Also, wir hätten dann praktisch hier Wurzel 3 plus Wurzel 5. Und unter dem Nenner selbstverständlich das Gleiche. Also, Wurzel 3 plus Wurzel 5. Jetzt fassen wir diesen Term noch ein bisschen zusammen. Bei dem Zähler können wir nicht viel machen, außer die zwei Themen nebeneinander schreiben. Also, wir hätten dann entsprechend zweimal, Klammer auf, Wurzel 3 plus Wurzel 5. Und unter dem Nenner können wir tatsächlich diese binomische Formel nutzen. Also, das Ganze wird ja zusammengefasst als A Quadrat minus B Quadrat. Bei uns wäre A Quadrat eigentlich nichts anderes als Wurzel 3 ins Quadrat. Und Wurzel 3 ins Quadrat ist natürlich 3. Minus B Quadrat wäre dann Wurzel 5 ins Quadrat. Und das ist natürlich 5. Und jetzt fassen wir das Ganze noch ein bisschen zusammen. Also, oben im Zähler können wir im Moment nicht viel machen. Deshalb schreibe ich einfach nur alles ab. Also, zweimal Wurzel 3 plus Wurzel 5. Und unter dem Nenner ergibt das Ganze natürlich minus 2. Ausnahmsweise kann man hier noch einen Schritt weiter gehen. Die 2 und die minus 2 kürzen sich natürlich noch weg. Also, hier bleibt eine 1 übrig. Hier bleibt eine minus 1. Deshalb könnten wir das Endergebnis am Ende auch als minus, Klammer auf, Wurzel 3 plus Wurzel 5 angeben. Natürlich könnt ihr diese Klammer auch auflösen und dann minus Wurzel 3 minus Wurzel 5 schreiben. Aber das ist jetzt an dieser Stelle egal. Und hier habt ihr, wenn ihr wollt, noch 2 Übungsaufgaben. Also, damit meine ich, könnt ruhig auf Pause drücken und erstmal die Aufgaben bearbeiten. Auf die gleiche Art und Weise wie die linken. Und am Ende mit meinen Ergebnissen, die ich gleich einblende, vergleichen. Bei unserem ersten Bruch müssten wir natürlich mit Wurzel 2 erweitern oder rationalisieren. Entsprechend hätten wir dann oben im Zähler 6 Wurzel 2 und unter Nenner nur die 2. Dann, ausnahmsweise, kürzen sich diese Zahlen noch weg. Also, die 2 und die 6. Hier bleibt eine 1, hier eine 3 und deshalb lautet unser Ergebnis 3 Wurzel 2. Bei dem zweiten Beispiel müsst ihr natürlich wieder die binomische Formel benutzen. Allerdings habt ihr jetzt sozusagen das A plus B. Also, müsst ihr mit A minus W rationalisieren oder erweitern. Und entsprechend ergibt sich dann zusammengefasst oben im Zähler 4 mal Wurzel 7 minus Wurzel 3. Und unten Nenner Wurzel 7 ins Quadrat ist natürlich 7 und Wurzel 3 ins Quadrat ist natürlich 3. 7 minus 3 ergibt 4. Die 2 Vierer kürzen sich hier perfekt weg. Also, spielen keine Rolle mehr für das Ergebnis. Deshalb ist das hier unser Ergebnis. Ein kleiner Hinweis noch an dieser Stelle. Die meisten Taschenrechner, wenn sie überhaupt erlaubt sind, erledigen dieses Rationalisieren für euch. Allerdings, auch in der Abitubprüfung, den Teil ohne Taschenrechner oder auch im Grundstudium, muss man sowas auch ohne Hilfe des Taschenrechners hinbekommen. Ein weiterer Begriff, was von Bedeutung sein könnte, ist das teilweise Wurzelziehen. Versuchen wir uns zu erinnern, was hier damit wieder gemeint war. Also, wir haben unter dieser Wurzel die 18. Die 18 ist leider keine Quadratzahl, wo man direkt die Wurzel ziehen kann. Damit meine ich zum Beispiel wie bei der 25. Wurzel aus 25 ist 5, Sache erledigt. Bei dieser 18 können wir im besten Fall teilweise Wurzel ziehen. Und zwar, dafür müssen wir diese Zahl geschickt zerlegen. Eine geschickte Zerlegung an dieser Stelle wäre beispielsweise 9 mal 2. Weil die 9 eine Quadratzahl ist, dann können wir aus dieser 9 die Wurzel ziehen. Das wäre ja entsprechend 3. Und diese 3 schreiben wir dann schon mal hin. Und aus der hinteren 2 kann man natürlich nicht die Wurzel ziehen. Deshalb bleibt sie unter der Wurzel. Also, das wäre unser Ergebnis. Und zwar 3 Wurzel 2. Allerdings eine kleine Bemerkung an dieser Stelle. Wenn man die 18 jetzt am Anfang ein bisschen anders zerlegt hätte. Zum Beispiel als 6 mal 3. Die 6 und die 3 sind keins von beiden, ist eine Quadratzahl. Das bedeutet, das wäre nicht so geschickt gewesen. Klar kann man sie noch weiter zerlegen und bearbeiten, bis man die 9 findet. Aber ideal ist es, wenn ihr schon am Anfang überlegt, wie ihr das Ganze mittels Quadratzahlen zerlegt. Und genauso ist es auch bei unserem zweiten Beispiel. Wir haben da die 48. Die 48 könnten wir auch als 6 mal 8 zerlegen. Allerdings ist die 6 keine Quadratzahl und die 8 keine Quadratzahl. Deshalb, wenn wir ein bisschen weiter überlegen, sollte jeder auf 16 mal 3 kommen. 16 mal 3 ist eine deutlich bessere Zerlegung, weil 16 eine Quadratzahl ist. Und dann können wir schon die Wurzel ziehen. Natürlich ist es 4. Und die 3 bleibt einfach unter der Wurzel. Als Übungsaufgaben für euch, wenn ihr Lust und Laune habt, gibt es diese zwei Wurzeln. Ich blende jetzt gleich die Ergebnisse ein. Also, Wurzel aus 75 könnte man geschickt zerlegen in Wurzel aus 25 mal 3. Aus der 25 ziehen wir die Wurzel. Das ist natürlich 5. Entsprechend lauter unser Ergebnis 5 Wurzel 3. Bei der 80, die beste Zerlegung wäre natürlich 16 mal 5. Und weil 16 eine Quadratzahl ist, ziehen wir auch die Wurzel und unser Ergebnis lautet 4 mal Wurzel 5. Und auch diese Rechnung kann natürlich so gut wie jede Taschenrechnung erledigen, wenn er erlaubt ist. Bei dem Umgang mit Wurzel sind natürlich Addieren und Subtrahieren auch von großer Bedeutung. Deshalb schauen wir uns natürlich das Ganze nochmal ein bisschen an, anhand des Beispiels. Wo wir hier verschiedene Wurzeltherme zusammenfassen müssen. Sehr einfach formuliert, ohne Fachbegriffe, lautet die Regel, dass man nur die Terme zusammenfassen kann, wo die Wurzeltherme identisch sind. Das heißt, wir haben hier verschiedene Wurzeln. Einmal Terme mit Wurzel 2 und einmal Terme mit Wurzel 3. Zusammenfassend können wir einmal diese zwei Terme, die beide die Wurzel 2 besitzen. Und diese zwei Terme, die beide die Wurzel 3 besitzen. Also zusammengefasst würde das Ganze minus 3 Wurzel 2 ergeben. Also minus 2 plus 5 sind minus 3 Wurzel 2. Und 9 Wurzel 3 minus 5 Wurzel 3 sind natürlich 4 Wurzel 3. Und mehr kann man für diesen Term nicht machen. Das Ganze kann man auch noch mit teilweise Wurzel ziehen vermischen. Also wir haben hier zwei Wurzeltherme, die beim ersten Blick nicht identisch sind. Deshalb, auf gut Glück, probieren wir hier erstmal teilweise Wurzel zu ziehen. Vielleicht passt das am Ende. So wie wir vorher gesehen haben, müssen wir die Terme unter der Wurzel so zerlegen, dass wir Quadratzahlen haben. Bei der 20 wäre das relativ einfach. Das wäre einfach mal 4 mal 5. Die 4 ist dann eine Quadratzahl und die 5 bleibt unter der Wurzel. Und bei der 45, die geschickte Zerlegung wäre natürlich 9 mal 5. Die 9 ist wieder eine Quadratzahl in diesem Fall. Und deshalb können wir jetzt teilweise Wurzel ziehen und sagen, okay, aus dieser ersten Wurzel kommt eine 2 nach vorne zu der 3. 3 mal 2 sind 6 Wurzel 5. Und hinten aus der 9 ziehen wir auch die Wurzel. Dann steht eine 3 vorne, deshalb 3 Wurzel 5. Und 6 Wurzel 5 minus 3 Wurzel 5 sind natürlich 3 Wurzel 5. Hier habt ihr noch zwei Übungsaufgaben, wenn ihr wollt. Gut, ich blende dann gleich die Ergebnisse ein. Bei der ersten Teilaufgabe könnten wir den ersten Term gar nicht mehr vereinfachen. Also 6 Wurzel 7 bleibt so wie es ist. Die 28 kann man dann allerdings geschickt zerlegen, sodass man wieder aus der 4 hinten die Wurzel ziehen kann. Entsprechend haben wir dann 6 Wurzel 7 minus 6 Wurzel 7 und das ergibt natürlich 0. Bei der zweiten Aufgabe kann man den ersten Term wieder nicht vereinfachen. Die 125 und die 605 kann man eigentlich geschickt zerlegen, sodass man überall Quadratzahlen hat. Und das bedeutet im nächsten Schritt das Ganze so aus. Also der zweite Term ist dann minus 5 Wurzel 5 und der dritte plus 44 Wurzel 5. Das Ergebnis lautet dann natürlich 44 Wurzel 5. Und jetzt kommen wir zum interessanteren Teil und zwar die Wurzelgesetze. Unser erster Gesetz sieht so aus und der zeigt uns, wie man eine Wurzel beliebigen Grades in eine rationale Hochzahl oder in einen rationalen Exponenten umformen kann. Wenn ihr genauer hinschaut, erkennt ihr, die Hochzahl vom x oder der Exponent von x steht oben im Zähler und der Grad dieser Wurzel steht unten im Nenner. Aus diesem ersten Gesetz kann man zwei sogenannte Schlussfolgerungen ziehen. Einmal für die quadratische Wurzel, also Wurzel x, wäre dann entsprechend umgeschrieben, zweite Wurzel aus x hoch 1. Und das Ganze ist dann x hoch 1 halb, so wie das hier. N der Wurzel aus x hoch n, wenn wir das umschreiben, dann haben wir x hoch n durch n. n durch n kürzt sich natürlich weg, bleibt nur eine 1 übrig und deshalb haben wir als Ergebnis x hoch 1 oder x. Unser zweiter Gesetz lehrt uns, wie man Wurzel gleichen Grades miteinander multipliziert. Übersetzt heißt das, N der Wurzel aus x mal N der Wurzel aus y ist das gleiche wie N der Wurzel aus x mal y. Und wenn das für die Multiplikation gilt, gilt natürlich das gleiche oder ähnliche auch für den Quotient. Also N der Wurzel aus x geteilt durch N der Wurzel aus y ist das gleiche wie N der Wurzel aus x geteilt durch y. Und unser letzter Gesetz zeigt uns, wie man mehrfache Wurzeln, verschiedene Grade zu einer Wurzel zusammenfassen kann. Und zwar, indem man die Grade der Wurzel miteinander multipliziert. So wie unten hier rechts abgebildet. Eine Bemerkung noch an dieser Stelle. So wie bei Potenz- und Logarithmusregeln, musst ihr auch diese Gesetze nicht nur von links nach rechts gönnen, sondern auch in die Gegenrichtung von rechts nach links natürlich. Und jetzt kommt noch ein sehr wichtiger Hinweis. Und zwar, für Potenzen mit rationalen Hochzahlen gelten dieselben Potenzgesetze wie für Potenzen mit ganzen Hochzahlen. Ich werde jetzt sehr vereinfacht diesen tollen Satz übersetzen. Das hier sind hoffentlich die bereits bekannten Potenzgesetze aus der 8. und 9. Klasse. Und bis jetzt wart ihr gewohnt, nur ganze Zahlen als Exponenten zu haben. Das bedeutet a und b waren solche Zahlen wie 2 und 3. Und da wusstet ihr, x hoch 2 mal x hoch 3 ergibt x hoch 5. Aber die gleichen Gesetze gelten auch, wenn die Exponenten Brüche sind. Übrigens, Brüche bedeutet rationalen Hochzahlen. Und dann könnten wir es genauso verrechnen. Also zum Beispiel x hoch 1 halb mal x hoch 1 drittel sind entsprechend x hoch 5 Sechstel. Und das gilt für alle diese Gesetze. Und jetzt gibt es auch für diesen letzten Abschnitt ein paar Beispiel- und Übungsaufgaben. Also, von Schwierigkeitsgrad werden diese Aufgaben so ungefähr alle mittelschwer sein. Und als kleine Hilfestellung blende ich hier auf der rechten Seite nochmal die Wurzelgesetze ein. Und ihr seht schon die erste Beispielaufgabe, wo man natürlich diesen Wurzelterm vereinfachen muss. Ich persönlich würde das Ganze als erstes in einen Bruch schreiben. Und damit fange ich auch an. Also wir haben dann entsprechend Wurzel ax minus Wurzel abx und das Ganze durch Wurzel x. Gut, die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie man diesen Term überhaupt vereinfachen kann. Direkt kürzen kommt ja nicht in Frage, weil oben im Zähler Minus zwischen dieser beiden Wurzeln steht. Deshalb die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist irgendwie zu schauen, was diese zwei Wurzeln im Zähler gemeinsam haben. Und eventuell diese Gemeinsamkeit auszuklammern. Und ich glaube, ihr könnt ganz gut erkennen, das a und das x sind gemeinsam unter der Wurzel. Allerdings, wenn wir den Nenner betrachten, brauchen wir das a nicht, weil im Nenner steht nur eine Wurzel x. Aus diesem Grund zerlegen wir erstmal diese zwei Wurzeln. Also ich könnte bei dem ersten Term sagen, wir haben dann Wurzel a mal Wurzel x, sehr ausführlich geschrieben, minus Wurzel ab mal Wurzel x und natürlich das Ganze geteilt dann entsprechend durch Wurzel x. Jetzt, wie bereits erwähnt, könnten wir im Zähler dieser Wurzel x, diese Wurzel x hier ausklammern. Übrig bleibt nur noch Wurzel a minus Wurzel ab und das Ganze durch Wurzel x. Und spätestens jetzt dürft ihr oder könnt ihr kürzen. Wurzel x und Wurzel x kürzen sich weg, bleibt nichts mehr Wichtiges übrig. Und deshalb lautet unser Ergebnis Wurzel a minus Wurzel ab. B. Kleiner Hinweis, theoretisch könnte man auch hier noch in Wurzel a ausklammern, aber ob das Ergebnis dann besser aussieht als jetzt, ist fragwürdig. Unser zweiter Beispielaufgabe ist eine Mischung aus Potenz- und Wurzelregeln oder Gesetze. Und wenn wir diese zwei Terme jetzt ein bisschen genauer anschauen, dann erkennen wir mehr oder weniger zwei Darstellungsformen. Der erste Term, da ist alles in Exponentenschreibweise geschrieben und bei dem zweiten Term haben wir auch eine Wurzel. Wir müssen uns natürlich für eine dieser Darstellungsformen entscheiden und in diesem Fall wäre meiner Meinung nach einfacher, das Ganze mit normalen Exponenten darzustellen. Bei dem ersten Term können wir allerdings auch noch diese Klammer auflösen, die am Anfang für die Berechnung oder für die Zusammenfassung ein bisschen stört. Und wir haben in dieser Klammer zwei Terme, die mit Mal verknüpft sind. Das bedeutet, jeder dieser Terme kriegt die hoch 3. Entsprechend haben wir dann 2 hoch 3 mal x hoch 0,5 hoch 3. Zur Erinnerung, hoch hoch bedeutet, die Exponenten werden miteinander multipliziert. Deshalb haben wir x hoch 0,5 mal 3 sind dann entsprechend 1,5. Beim hinteren Term übernehmen wir die 8. x bleibt x oder wir können es beispielsweise auch als x hoch 1 hinschreiben. Und Wurzel x steht ja auch rechts hier an der Seite, ist x hoch 1,5. Und jetzt fassen wir diese zwei Terme noch ein bisschen zusammen. 2 hoch 3 sind entsprechend 8 mal x hoch 1,5 minus 8 mal. Und x hoch 1 mal x hoch 1,5 sind entsprechend natürlich wieder x hoch 1,5. Also, unser Ergebnis lautet 0. Dritte Teilaufgabe sieht nicht so nett aus beim ersten Blick. Es ist ein Riesenterm und theoretisch, weil oben ein Zähler mal zwischen den beiden Termen steht, könnte man am Anfang hoffen, irgendwas zu kürzen. Aber wenn ihr die Terme genauer anschaut, dann ist das leider in diesem Zustand nicht möglich. Deshalb sollten wir versuchen, diese Terme wenn möglich zu vereinfachen. Fangen wir erstmal unten Nenner an. Also, egal wie wir es drehen, den Nenner können wir nicht vereinfachen. Da steht einfach Wurzel aus 2 minus x, das war's. Im Zähler haben wir einmal die dritte Wurzel hier hinten. Die könnte man versuchen zu zerlegen. Allerdings sieht es nicht so aus, als könnte das was bringen beim ersten Blick. Deshalb konzentrieren wir unser Blick auf den ersten Term. Wenn ihr euch hier an dieser Stelle diese 4 zum Beispiel als 2 hoch 2 vorstellt, dann solltet ihr euch diese Form an die dritte binomische Formel erinnern. Ich blende sie unten nochmal kurz zur Erinnerung ein. Also, a² minus b² ist das gleiche wie a minus b mal a plus b. Und genau das könnten wir hier unter den Wurzeln machen. Das würde uns dann auf jeden Fall weiter bringen. Also, wir belasten die riesengroße Wurzel und zerlegen diesen Term nach der dritten binomischen Formel. In 2 minus x mal 2 plus x. Und den Rest erstmal abschreiben. Also, dritte Wurzel aus 2 plus x. Und unten im Nenner, da ändert sich auch nichts, Wurzel aus 2 minus x. So, was bringt uns das? Diese zwei Klammern unter der Wurzel können wir uns auch als zweigetrennte Wurzel vorstellen. Das heißt, wir können kürzen. Wir haben hier Wurzel aus 2 minus x und wir haben hier oben Wurzel aus 2 minus x. Das bedeutet, das ist weg. Und unser Nenner ist zum Glück auch weg. Dann schreiben wir hin, was noch übrig ist. Also, wir haben dann nur noch Wurzel aus 2 plus x. Gut, die Klammer macht jetzt nicht wirklich noch Sinn. Aber ist egal. Mal dritte Wurzel aus 2 plus x wieder. Gut, jetzt ist die Frage, wie kann man diese zwei Wurzeln zusammenfassen? Wir sehen, unter der Wurzel steht sozusagen der gleiche Radikant, nennt man das. Also, bei beiden Wurzeln steht dieser 2 plus x drunter. Und eine Möglichkeit, das zusammenzufassen, wäre, die Wurzel als rationale Hochzahl hinzuschreiben, also als Brüche. Entsprechend haben wir dann 2 plus x hoch 1,5, weil das nur eine stimmnormale Wurzel ist, multipliziert mit 2 plus x hoch 1 Drittel. Übrigens, die passenden Wurzelgesetze findet ihr hier auf der rechten Seite. Also, das ist das erste Wurzelgesetz eigentlich und mit einer Weiterführung mit Wurzel x hier, dass es x hoch 1,5 ist. Und jetzt können wir praktisch die Hochzahlen addieren und das Ganze nur als Einterm schreiben. Also, wir haben dann 2 plus x und 1,5 plus 1 Drittel zusammengefasst ergibt 5 Sechsten. Also, einfach die Brüche erweitern auf den Hauptnenner 6 und zusammenzählen. Und wenn man möchte, kann man das auch wiederum als Wurzel schreiben. Es wäre dann entsprechend 6. Wurzel aus 2 plus x und das Ganze hoch 5. Und die letzte Teilaufgabe, die ich hier an dieser Stelle noch vorbereitet habe, ist eigentlich ein Klacks, wenn man die Regel kennt. Und zwar, das ist die vierte Wurzelregel. So wie es mit zwei Wurzeln hier funktioniert, funktioniert es auch mit 3. Das bedeutet, wir multiplizieren alle diese Zahlen, die hier als gerade Wurzel dargestellt sind, also die 3, die 4 und die 5. Und 3 mal 4 mal 5 ergibt 60. Somit lautet unser Ergebnis 60. Wurzel aus x oder man kann es auch umschreiben als x hoch 1 Sechzigstel. Und, wenn ihr wollt, noch ein paar Übungsaufgaben für euch. Ich werde dann gleich die Ergebnisse einblenden. Also, bei der Aufgabe 4. Man macht sich natürlich wieder Gedanken, wie man diese Terme vereinfachen kann, fürs Zusammenfassen. Also das Auflösen der Klammer wäre jetzt nicht wirklich die beste Option, wenn man so am Rande. Und bei der hinteren Klammer solltet ihr erkennen, dass beide Terme dieser Wurzel 2 drin haben. Deshalb könnten wir das Ganze zerlegt auch so hinschreiben. Und dann kann man auch beide dieser Terme dieser Wurzel 2 vor den Klammern nach vorne ziehen. Oder, kurz gesagt, ausklammern. Dann sieht das Ganze so aus. Und wenn man jetzt nur die zwei Klammern betrachtet, sollte man die dritte binomische Formel erkennen. Also entsprechend lautet oder sieht so das Ergebnis aus. Bei der fünften Aufgabe solltet ihr euch für irgendeine Darstellungsform entscheiden. Hier, um die Terme zusammenzufassen, entweder Wurzel oder Exponenten. Und natürlich Exponenten wäre die deutlich bessere Entscheidung. Deshalb schreiben wir das Ganze so um. Dann können wir natürlich minus 2 und 2 kürzen. Da bleibt oben nur eine minus 1. Und wenn wir das Ganze zusammenfassen, dann haben wir entsprechend diesen Ergebnis. Und bei der letzten Aufgabe könnten wir auch anfangen, indem wir diese Wurzel erstmal umschreiben. Wenn wir das tun, dann kürzen sich hier im Exponenten die 4 und die 2 weg. Also es bleibt nur eine hoch 2. Und jetzt könnte man daran denken, ein bisschen was mit dem Nenner zu kürzen. Nur so wie der Nenner jetzt im Moment aussieht, ist das nicht möglich. In Klammern oben steht 1 minus A und in A minus 1. Wenn die Vorzeichen anders wären, dann würde das gehen. Das kriegt man locker hin. Indem man unten Nenner eine minus 1 ausklammert. Jetzt haben wir die richtigen Vorzeichen. Also können wir hier die Klammer ganz wegkürzen. Hier die hoch 2 wegnehmen. Und unsere Ergebnisse dann entsprechen so bzw. so aus, wenn man die Klammer auflöst. Kurzer Hinweis noch an dieser Stelle. Gleich im Abspann findet ihr noch weitere Grundlagenthemen für die Abiturprüfung. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Und wenn euch das Video geholfen hat, vergisst nicht.